Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video und ihr seht schon, das ist nicht mein Motorrad. Das ist mein Motorrad und Annika ist mit dabei. Hallo. Und wir waren jetzt, also wollten eigentlich zu Mehmet, aber ihr seht schon, Ehrenbruder Mehmet hat wieder gut zu tun. An erster Stelle freue ich mich da auf jeden Fall mit Mehmet. Ja, wir haben heute gedacht, wir haben schon einen Vlog bei Annika aufgenommen, wir haben heute gedacht, wir machen mal einen Biketausch. Ich wollte mal wieder eine EXC fahren hier auf dem Dorf, sind die Polizisten ja ein bisschen entspannter. Ähm, wie gefällt es dir bisher? Mega, also sie ist richtig schmal, das finde ich immer richtig gut, wenn man nicht so extrem breit, weil nicht auf dem Motorrad, ich finde zum Beispiel bei der SNC, sie ist manchmal auch viel breiter. Ja. Deswegen finde ich es richtig angenehm, dein Cupbox hier ist mega leicht, der ist schön kurz. Das ist ultra geil. Die kriege ich sogar hier mit einem Finger gezogen. Ich ziehe auch nur noch mit einem Finger. Das ist so selten eigentlich, dass ich so eine Karre finde, wo das geht und macht richtig Spaß mit der. Ja, ja, super. Lob. Lob. Na ja, dann wollen wir mal eine Runde drehen, wa? Ja. 177 Stunden hat deine Karre schon drin, ne? Ja. Hast du jemals irgendwas gemacht, außer Ölwechsel? Äh, ja, Ventile eingestellt. Waren die doll verstellt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Ja, Klassiker. Ähm, äh, Gabel hab ich neu gemacht, weil die hat ja immer gesucht. Ja. Und die braucht so viel. Oh, verliebt. Oh, verliebt. Äh, 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 Sammer. Riech den dicken Mangel wieder. Ja, ich hab in, äh, Annikas Vlog natürlich, äh, schön meine Sohle verloren. Ich fahr jetzt quasi ohne Schuhsohle. Lass mal links fahren. Okay, das optimale Gefühl einfach. Ja, jetzt hab ich sowas von geiles Gefühl an der Brandsee. Ihr glaubt es nicht. Ähm, was ist denn jetzt los? Will der noch fahren, oder? Irgendwie, irgendwie ist er ein bisschen verwirrt, glaub ich. Frisch verwirrt. Ja, aber ich frag mich, warum heute schon wieder so viel los ist. Ist auch nichts. Hat Monti wieder eine Story gepostet? Vielleicht gesagt, wie wir, das schafft wir nicht. Oh, mein Ausdruck ist ja schon gut schräg, oder? Ist ja vorhin auch aufgefallen. Guck dir, ich muss eigentlich demnächst mal diese Halterung da ranbauen, aber ich bin so fucking faul. Ich bin da gleich abfällt, oder so. Nee, 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 also hoffentlich nicht. Man weiß ja nie. Nee, nee. Boah, so beim Fahren sein eigenes Motor zu sehen, ist immer schön, finde ich. Ja, so ging's mir auch bei Heiner. Da dachte ich mir auch so, ja, schon ziemlich geil. Und ich bin ja, ich habe jetzt schon ein neues Zikum, lass ich mich grad anfertigen. Geil. Ich werd ein bisschen traurig sein, aber ich freu mich schon aufs nächste. Das hast du jetzt auch nicht so lange, oder? Ein Jahr, oder so? Ein Jahr, ja. Ja, schön, 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 mal wieder zu lang zu fahren, Alter. Das Wetter passt sogar relativ, also es ist jetzt nicht zu warm. Voll angenehm. Das ist super angenehm zu fahren. Das stimmt. Hast du eigentlich noch genug Sprit? Ähm, ach so, ich? Ja, ja. Ich dachte, jetzt bei deiner. Nein, Motorrad. Ja, das ist voll. Gut, meine müsste auch noch voll sein. So gut, meine nicht. Ja, dafür resettet sich leider immer der Tacho. Da kannst du feiten, wo du bleibst. Äh, tschüss. Ich hab eine neue XC, liebe Leute. Oh, ja, ich bin hier, glaube ich, noch nie lang gefahren. Ah, wobei doch, dort noch, dort noch. Ey, ich glaube, wir fahren jetzt... Warum sagt mir das was? Ist Ottensen nicht Altona? Ja, Ottensen ist ein Stadtteil in Hamburg bei Altona. Ja, da hast du recht. Hier gibt's auch Ottensen. Hier geht's auch Ottensen. Oh, es gibt's hier Lost Place. Lass mal Lost Place. Lass mal Lost Place. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht finden wir ja spontan was. Aber ich glaube, hier in der Nähe finde ich jetzt... Also fahre ich jetzt, glaube ich... Also wir fahren jetzt in Richtung Spot. Ja, da können wir auch Spot fahren. Boah, die ist so schön laut, Alter. Hä? Aber so human. So im Stand, wenn man normal fährt, alles cool. Eigentlich nervig so, ne? Und wenn man dann mal richtig den Stock geben will, dann ist die geil. Ja, ich finde das optimal so. Ja. Aha, eine Supermoto. Aha. Moin, meinst der. Boah, von vorne sieht man Motorrad auch so geil aus. Dieser RMZ Front, also der RMZ Fender mit der EXC-Maske ist einfach... Ja, das macht so viel aus, so eine Maske. Übel, übel. Ich hätte nicht gedacht. Ja, ja, vorhin natürlich den Killer noch mal auf schnell der Villa eingebaut. Und wie soll es dann das sein? Wir fahren bei mir aus der Straße raus und direkt Polizei hinter uns. Boah, ja, das war so Panik geschoben. Und das war so lange, also die waren so lange hinter uns. Wir sind die ganze Zeit so ein bisschen im Verkehr mitgefahren. Ich dachte jetzt, okay, die warten jetzt nur noch auf ein schönes Plätzchen, wo sie uns rausholen. Und ich dachte auch so, wow, gerade erst rausgefahren, let's go erstmal, werden wir rausgezogen. Aber die netten Beamten haben sich von unseren beiden funktionierenden Blinkern so beeindrucken lassen, dass... Von uns war so ein Reingespräch und noch unter unserer Körper... Unsere Gestik, die ganz normale. Ja, wir haben jetzt hier gleich einen Spot tatsächlich. Ja, heute ist richtig geil. Nach Erdbeeren. Oh ja, stimmt. Ich bin jetzt gerade mit Fliegel hier rechts direkt. Aber übertreibst du bitte nicht, wenn du mit meiner Renuierst. Und? Die gehen hoch wie ein Bruder. Die ist schon schön. Ich finde, das fühlt sich... Ich weiß nicht, du hast ja auch eine Lederkombi, ne? Ja. Das ist für mich immer noch so ein ganz ungewohntes Gefühl, mit einer Lederkombi zu wheelen, weil man sitzt irgendwie anders. Ja, aber vor allem, du rutschst nicht so weit hinter. Ich habe mich ja auch richtig an dieser... Ja, man bleibt einfach sitzen. Ja. Ich habe mich auch so an die Lederkombi gewöhnt, dass wenn ich Spillies oder so mache, ohne Lederkombi, fühle ich mich so unsicher. Ja. Deswegen mache ich es immer so ungern, wenn ich die Heuze fahre. Nur mit Knieschützer. Ja, Digga, du hast ja auch schon wieder Deluxe-Sicherheitsklamotten an Madame. Hä? Das ist die Jacke von Sir, das ist die Schienjacke eigentlich. Ich bin hier vollkommend hier am Start. Ja. Die schauen wieder wheelen, gar keinen Bock. Heute wieder lustig sein, gar keinen Bock. Das macht so Spaß, ey. Ach, Mensch, hier rechts, oder was? Ja, warst du schon mal... Gar nicht, gar nicht. Hier war es noch nicht. Wird jetzt ja auch voll da. Musik gerade. Ich war Wantas. Wird noch besser. Wird noch besser. Geil. Sieht schon schön, auch von hinten. Ach ja, es macht Spaß. Ja, das XC fühlt sich halt einfach so locker easy. Boah, hier ist echt nice. Ja, fühle ich auch. Boah, sieht auch richtig schön kontrolliert aus, muss ich sagen. Richtig schön entspannt. Ja, das fährt sich so geil. Welchen Gang machst du jetzt? Zweiten. Nice. Mach mal... Ach, du machst du noch zweit? Ich fahre immer... Ich hole die immer im dritten hoch. Und wir hatten einen langsamer. Noch langsamer, dann? Ich würde sie im zweiten noch langsamer hochholen, weil dann hast du quasi direkt hoch und du hast nicht so ein hohes Drehzahl, weißt du? Ja, ja. Mal eben gucken. Das ist so ein bisschen ungewohnt, weil der Gas, also das Gas fährt sich so viel direkter, weil ich das hier eine Einspitzel ist. Du musst auch gucken, meine Kupplung trennt nicht richtig. Ja, ich merke schon. Ich muss die mal machen. Kennst du dich mit sowas aus? Naja, eine Kupplung wechseln ist kein Problem. Also je nachdem, du kannst die natürlich auch noch einstellen, vielleicht reicht das so. Ich glaube schon, nee, das klappt nicht. Boah, richtig schön. Lass mich mal, ich mach mal von dir im Bild von außen. Ich fahre, also ich weiß nicht, das hat gerade eben schon am Kennzeichen so geklimpert, als wenn die kleinen Kieselsteinchen schon relativ nah waren. War das schon nah oder? Ich hab jetzt nicht so drauf geachtet. So, weel mal, ich mach mal ein paar Bilder verlieren. Auch professioneller Influencer angelehnt. Aber es ist schön, wenn, das muss man immer zu hören, wenn die Leute sagen, die fährt sie schön. Ja, bis aber schon weit unten. Ich weiß nicht, Digga. Auf fremden Bikes, gerade so eine schwarze EXC von Jendrik damals, da konnte ich instant so viel besser mitfahren. Ich hab mir jetzt fast das Mikro hier rausgerissen, Alter. Ja, Digga, das fühlt sich echt komisch an mit deiner Kupplung. Also mit zwei Fingern geht's, aber mit einem. Aber mit zweien, mit zweien an deiner Kupplung rutscht die, also rutscht ich so runter gefühlt. Ja, das kann sein. Ganz, ganz komisch, irgendwie. Aber die fühlt sich, also die fährt sich echt so schön. Das Haarwerk merkt man so hart, das ist echt krass. Boah, jetzt ist es auch immer besser, immer langsamer, einfach kontrollierter, weil du dich dran gewöhnt hast. Ja, ja, das ist, also gerade mit dieser unglaublichen Fußgermse, die ich hier gerade habe, das Gefühl, was ich da drin habe, das ist ja... Anders. Anders. Oh, Junge. Oh, Junge. Das war knapp, oder? Das ging. Geil. Ist da noch so viel Luft? Ja, ich muss nochmal ein bisschen aufschauen, bis ich da zauberen kann. Digga, das ist ja... Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, woran das liegt, ob es jetzt am Fahrwerk ist, aber so viel schwerer als mein Motorrad auch nicht. Ich habe keinen Heckrahmen, keinen für zwei Sitze, ich habe keine Batterie, ich habe keinen E-Starter. Yes, oh, ich habe ein richtig geiles Bild. Ey, shit. Also, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, ist das nice. Sitze ich irgendwie wie ein Dolly da, oder geht das? Hä, nein. Das ist voll gut da. Oh, Digga, das sieht so geil aus. Geiles krank. Ja, Mann. Oh, mein Papa ruft gerade an. Warte, ich sage, das ist fett. Ich weiß auch nicht. Damals habe ich die DAZ so gehasst. Boah, das ist wirklich jetzt auch nice. Aber mittlerweile finde ich die optisch so schön. Ich finde die optisch so schön. Die ist auch schön. Ach, ich mache erst mal hier eine Story, oder? Was ist denn hier? Mir wird schwindelig. Ein wildes Lauch. Klau dir einfach mein Moped. Schön, ich darf ja auch mal heute die DAZ von Nick fahren. Ich bin noch nie DAZ gefahren, aber fährt sich echt richtig geil. Boah, Nick hat auch noch richtig wein, Alter. Ja, ja, ja. Danke. Das hat richtig Spaß. Ja, Mann. Das ist ein ganz, ganz anderes Motorradfahren, ey. Hier passt alles an diesen Ding. Das hat schon gekrämt so leicht, oder? Ich glaube, es war schon richtig. Hast du das auf Story, oder hast du Fotos gemacht? Story. Ich brauche wieder eine IgG. Ich habe heute leider nicht so viel gequatscht und nicht so viel konstruktiven Content gebracht, aber... Emotionen. Ich habe Emotionen gebracht und dieses Motorrad ist einfach immer noch ein Traum. Das ist immer noch ein Traum für mich, genauso wie die 501. und ich hoffe, dass ich noch ein Traum für die 501. Ich hoffe, wenn ich meinen A-Führerschein habe, dass ich mal wieder eine EXC hole. Weil ich habe es jetzt gerade wieder gemerkt, ich gehöre auf so ein Ding. Ich gehöre auf so ein Ding. Ja, deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei Annika vorbei. Annika hat auch einen Vlog mit mir gemacht auf ihrem Kanal. Und wir werden jetzt gleich nochmal eine Runde düsen und vielleicht auch noch was essen. Und ja, damit viele Dank fürs Zuschauen und tschüss. 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 Tschüss.